Ich hasse Joggen und Tour de France finde ich unglaublich langweilig. Ich mache Bogenschießen. Ich laufe also gern durch den Wald mit einem normalen Bogen und schieße da mit Pfeilen auf kleine Plastiktiere. Und das macht richtig viel Spaß. Oder auf Luftballons. Luftballons sind fast noch besser. Das ist ein bisschen wie Kindergeburtstag. Ich musste immer am Tor stehen. Mein Lieblingswitz zur Zeit. Was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen? Ich verstehe, dass Sie als Mutter alles für Ihre Tochter tun wollen. Aber ich kann leider auch nicht... Ich denke, Sie können etwas tun. Auch wenn du keine Ahnung hast, wie das geht. Du schaffst es. Immer wieder kriegst du mich rum. Wenn sie kla... Ich werde nicht mehr von世. Ich werde nichts mehr davon Listen. Ich werde nicht mehr davon verschen, wie das Einheimischen Musk rib 길. usuheen. Schau�. Bis zum nächsten Mal.